Freunde, es ist Mittwoch, das heißt, es gab eine neue Folge The Ultimate Fighter. Conor McGregor gegen Michael Chandler und die Frage nach der letzten Chance. Die letzte Chance für Team McGregor, hier noch irgendwie das Ruder rumzureißen. 7 zu 0 steht es aktuell hier in dieser Zeit für Team Chandler. Sieben Siege der Veteranen gegen die Prospects. Und jetzt ist halt die Frage, schafft es Team McGregor diesen klaren Sweep, der einmalig wäre in der Geschichte der UFC von The Ultimate Fighter, nochmal umzudrehen? Rico gegen Hunter, das war der Fight, der hier stattfand. Natürlich Spoiler-Alarm, wer es nicht gesehen haben, sollte Video jetzt ausmachen. 3, 2, 1, genug Zeit gegeben. Wir schauen uns jetzt natürlich das Ergebnis auch an. Grundsätzlich muss ich sagen, das war eine Folge, die mir, nachdem ich die letzte ein bisschen ausgelassen habe, die mir wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Wo wir nochmal von dem letzten Fight von Quinones und Jason Knight, so eine kleine, keine Konfrontation, aber einen kleinen Austausch gesehen haben, wo Jason Knight ganz klar gesagt hat, pass mal auf, wenn du weißt, dein Gegner ist besser beim BJJ, versuche den Fight nicht auf den Boden zu verlagern. Landon hat hier zugegeben, dass er da einfach nur einen Anfängerfehler gemacht hat. Und der letzte Tipp von Knight war dann halt, wenn du in der UFC wirklich was reißen willst, unter Braun-Schwarzgurt, also vom Skill-Level. Egal, ob du jetzt wirklich diesen Gürtel hast, aber das sollte dein Level sein, dass du die Fähigkeiten eines Braun-Gurt, eines Schwarzgurt hast, weil es gibt natürlich auch einige Fighter, die waren schon in der UFC, die hatten viel Erfolg, aber auf dem Papier hatten die nicht diese Gurtfarbe. Ich glaube, ein Chimaev ist ein Proper Belt, ich glaube, John Jones ist noch kein Brown Belt oder Black Belt, aber dass man trotzdem auf diesem Level agieren sollte. Letzte Chance also für Team McGregor. McGregor, der hier auch wieder mehr beim Training gezeigt wurde in dieser Folge. Und ja, Rico war halt jetzt die letzte Chance. Und wir springen dann auch direkt in den Fight. Beide Fighter haben natürlich auch wieder ihre Videos von zu Hause gezeigt. Hunter, zwei Söhne, Rico, ein Sohn, eine Tochter, also beides Familienväter. Und natürlich ist Druck am Start gewesen. Und was auch interessant ist bei diesem Fight, dass Rico mit 36 bei den Prospects ist. Da haben einige vorher schon so ein bisschen gewitzelt und gesagt, ja, was ist denn ein 36-Jähriger, der auf die 40 zugeht in großen Schritten? Was ist der denn noch bei den Talenten oder bei denen, die es in Zukunft reißen sollen? Aber Alter ist im Endeffekt bis in so einem bestimmten Rahmen auch einfach nur eine Zahl. Ja, Rico hat gezeigt, also ich finde die 36 hat man ihm nicht angesehen. Die erste Runde lief wieder perfekt für Team Chandler. Was Rico für mich aber bewiesen hat hier, dass er ein verdammt zäher Brocken ist, wurde mehrmals auf den Boden gebracht, hat aber immer wieder versucht, sich nach oben zu kämpfen. Und auch aus diesen Situationen mit Ellbogen auch im Stand hat er einen Cut am Kopf von Hunter verursacht. Also der hat da wirklich, also kratzen, beißen, alles, was irgendwie, hat er natürlich nicht gemacht, aber er hat alles gegeben. Alles, was er machen konnte, hat er irgendwie reingeworfen, um nicht diese Position einfach zu akzeptieren. Und ja, in der zweiten Runde kam dann sein großer Moment, nachdem die erste Runde wahrscheinlich für Hunter ausgegangen ist. Einen sehr, sehr glücklichen McGregor haben wir da gesehen. Und ja, das Finish will ich dann jetzt doch einmal ganz kurz laufen lassen. Wir sehen gleich eine schöne Rechte von Rico, mit der er Hunter hier zu Boden schickt. Da trifft er ihn einfach genau, hier, ich glaube, ganz knapp hinterm Ohr an der Seite, Gleichgewichtssinn. Da knipst er ihm ein bisschen die Lichter aus und dann Hulk Smash. Also ich habe schon auf Twitter die Reaktion gelesen, dass einige fordern, das muss bei UFC 5 definitiv als Ground and Pound mit reingepackt werden. Jason kommt hier mit beiden Fäusten nach unten. Das habe ich schon mal auf der regionalen Szene gesehen, aber auf ganz hohem Niveau halt noch nicht in der UFC. Und ja, dann war der Fight halt zu Ende. McGregor hat direkt eine glückliche Runde, ist er direkt gelaufen. Natürlich auch da an dem anderen Team vorbei. Ich meine, es sei ihm gegönnt. Chandler hat versucht dann noch so ein bisschen, ja, Schatten auf ihn zu legen, um zu sagen, ja, wenn das deine Art und Weise ist, so deinen ersten Sieg zu feiern, dass du da Welle machst und mit anderen kämpfen willst, statt so das Scheinwerferlicht auf deinen Fighter zu legen. Ich fand es halb so wild. Klar ist da auch ein bisschen Druck von McGregor abgefallen, dass er da jetzt nicht 8 zu 0 komplett sauber verloren hat. War ein guter Fight. Und deswegen war es im Endeffekt für mich auch eine gute Folge. Weil natürlich dieses Hin und Her zwischen McGregor und Kämpfen, McGregor und Chandler jetzt, Chandler ist ja sehr optimistisch. McGregor hat jetzt scheinbar, habe ich heute auch gelesen, irgendwo Probleme, war auf eine Beerdigung und soll da auch wieder irgendwie mit jemanden aneinander geraten sein. Schwierig zu sagen, was an solchen Gerüchten auch dran ist. Was ich nicht wirklich mit Videomaterial gesehen habe, da bin ich grundsätzlich skeptisch. Und auch da in Zeiten von Deepfake schaue ich mir das Video zumindest 10 oder 15 mal an, um da meine Meinung zu bilden. Also einige Sachen, die jetzt nicht rund liefen. Ich habe ja auch in den letzten Ausgaben oder in meinen letzten Analysen gesagt, dass ich nicht so begeistert bin von diesem, ja, die Qualität, die wir jetzt unbedingt bekommen haben. Bei den Fightern, gerade bei den Prospects, da hätte man vielleicht lieber generell eine Staffel machen sollen mit 16 Männern, die ihre zweite Chance in der UFC bekommen sollen oder halt mit 16 Männern, die halt ihre Chance überhaupt ersuchen wollen. Das wäre vielleicht irgendwo fairer gewesen. Da die Contender Series aber im August auch wieder startet, glaube ich nicht, dass wir unbedingt die Allerbesten der Besten bekommen haben. Und das hat man vielleicht an einigen Punkten dann auch gemerkt. Aber der Fight war einfach sehr gut in dieser Folge. Der hat einfach Spaß gemacht, weil, ja, wir haben Grappling gesehen, wo viele mit den Augen rollen, wenn jemand dann versucht, den Fight auf den Boden zu verlagern, weil, hey, ist MMA, gehört dazu, ist legitim. Wir haben aber einen anderen Fighter gesehen, der versucht hat, aktiv dagegen zu arbeiten, hat wahnsinnig viel Schaden trotzdem gemacht, obwohl er immer in der unterlegenen Position war. Und in der zweiten Runde haben wir einen Knockout gesehen mit Hulk-Smash-Finish. Der Fight hat einfach Spaß gemacht. Und von daher ist das einfach mit das wichtigste Element, das Hauptelement. Wenn die Kämpfe Spaß machen, kommt der Rest von alleine. Das war vielleicht bei dem einen oder anderen Fight in den letzten Folgen nicht unbedingt so. Ja, Anta natürlich sehr niedergeschlagen. Rico durfte dann nochmal eine Runde mit dem Lamborghini drehen von Conor McGregor. Darüber war der sich sehr gefreut. Und jetzt geht es natürlich daran, wie werden die Match-Ups verteilt. Dana White hat vielleicht auch immer so ein bisschen, ein kleines Psychospielchen, hat die Fighter alle zu sich geholt und gefragt, gegen wen willst du als nächstes kämpfen? Was glaubst du, wer ist der schwierigste Gegner? Was ist der leichteste Weg für dich zum Sieg, um dann einfach zu gucken, vielleicht, wie reagieren die Fighter drauf? Gibt es welche, die sagen, ja, das ist der Schwerste und den will ich auch direkt haben, den will ich direkt aus dem Weg räumen? Gibt es einige, die da sehr strategisch rangehen und sagen, ich will den leichtesten Gegner haben? Natürlich haben wir jetzt auch die Konstellation, wir haben ein Team quasi fast komplett in der nächsten Runde, dass einige dann lieber gegen Team McGregor antreten wollen. Wird das Ganze jetzt nochmal ein bisschen durcheinander gewürfelt, dass man sagt, hey, es werden jetzt noch drei Fighter rübergehen zu Team McGregor. Das wurde am Ende schon so ein bisschen angedeutet. Da waren einige Fighter nicht so begeistert von. Auch das wieder so eine Sache. Wir haben jetzt Conor und Chandler wieder sehr Buddy-Buddy-mäßig, sehr freundschaftlich gesehen, nachdem er eine der letzten Folgen mit Griff ins Gesicht und, äh, won't fight right now? Also, damit endete. Aber gut, das hat Chandler ja gesagt, das sind so ein bisschen diese zwei Gesichter von Conor McGregor. Wenn die Fights geil sind, wenn das Spaß macht, dann kann ich damit leben, wenn es da auch jetzt nicht irgendwie Drama gibt und, oh mein Gott, der wurde attackiert. Auch Team Chandler hat ja im Anschluss, nachdem dieser erste Fight halt verloren wurde für das Team, so ein bisschen, Roosevelt Roberts hat da ein bisschen mit Conor McGregor Trash-Dock hin und her gemacht, aber am Ende haben dann alle gesagt, ja, gehört irgendwo einfach dazu. Da muss man vielleicht auch ein bisschen Dampf ablassen. War für mich auf jeden Fall wieder eine etwas bessere Folge. Hat wieder mehr Spaß gemacht. Jetzt zieht es nochmal an. Jetzt wird wahrscheinlich auch die Qualität der Fights nochmal etwas stärker. Also, ich freue mich dann jetzt doch auf die finalen Folgen, auch wenn wir die letzte Folge dann irgendwann live sehen werden. Also, mit dem Finalkampf freue ich mich aber drauf. Mal gucken, was mit McGregor und Chandler passiert. Ein bisschen mehr freue ich mich aber dann jetzt, nachdem ich die ersten, und waren es jetzt sieben oder acht Folgen gesehen habe, doch jetzt auf die Contender Series. Ich glaube, da werden wieder einige Knallerfalls dabei sein. Und am Ende des Tages, ich wiederhole mich da jetzt vielleicht, aber natürlich gucken wir wegen Drama und gucken wir wegen, ey, der hat denen das gesagt und da wurde einer geschubst. Und klar ist das nochmal das Salz in der Suppe. Aber am wichtigsten sind die Fights. Wenn die Fights gut sind, wenn es da Action gibt, scheißegal, ob der Rest nicht ideal ist, ob das Team alle acht Kämpfe verloren hat. Wenn die Fights geil sind, glaube ich, sind wir alle zufrieden, oder?